hallo zusammen herzlich willkommen zu einem neuen video heute gibt es mal ein ganz anderes format und zwar hatte ich euch auf instagram gefragt ob ihr lust habt auf ein best of züchter talking dass ich mal so ein bisschen erzähle was uns hier was wir so erlebt haben auf der suche nach einem hund und da habt ihr auf jeden fall alle mit ja kommentiert also falls ihr uns noch nicht auf instagram folgt könnt ihr das gerne jetzt machen ich blende es hier mal ein da wussten wir auch immer ganz fleißig stories und bilder von unserem alltag auch schon sind schon ein paar bilder von dem neuen hund der bald bei uns einziehen wird und ja würde mich auf jeden fall freuen euch dort auch zu sehen ja fangen wir mal an wir haben uns ja dafür entschieden uns einen hund einen welpen zu holen und keinem hund vom tierheim da habe ich auch schon ganz viele fragen bekommen wieso weshalb warum eigentlich wollte ich darauf jetzt nicht eigentlich existiert also es kommt dann immer so eine riesen diskussion auf aber ich sage es jetzt einfach ganz klar wie es ist ein hund aus dem tierheim ist natürlich immer einfach ein überraschungspaket man weiß wirklich nicht was man da bekommt was der hund schon so alles mitgemacht hat und ich muss sagen mit kindern bin der dominik und ich einfach ja auf der der meinung dass wir uns einen hund holen den wir selber so erziehen wie wir es gerne hätten also das ist wirklich ein ungeschriebenes blatt so ein welpe und man kann ihn wirklich in die richtung lenken beziehungsweise erziehen sag ich mal wie man es gerne haben möchte und wie es in einem eigenen alltag halt passt und bei einem tierheimhund ist es so dass ich finde wenn man kinder hat wenn wir jetzt keine kinder hätten hätten man sagt okay wir holen uns ein goldie aus im tierheim und ich habe auch schon hin und her geguckt auch aber wie gesagt dominik und ist sind uns da wirklich einig dass mit den kindern ist es für uns im endeffekt wirklich doch schon einfacher wenn wir einen hund haben den wir selber einfach erziehen können wie gesagt wie es in unseren alltag passt hätten wir keine kinder hätten uns da wahrscheinlich anders entschieden aber so ist es für uns einfach wirklich die perfekte lösung genau und soviel dazu einfach mehr werde ich dazu jetzt auch nicht sagen ich denke mal die erklärung müsste eigentlich auch einen dann reichen jeder macht es wirklich anders das ist ja auch das schöne daran dass sich jeder für sich selbst entscheiden kann wie der das halt machen möchte so weiter geht's also wir haben uns da ganz fleißig beziehungsweise ich habe mich darum gekümmert und habe mir wirklich stundenlang seiten angeschaut von golden retriever züchtern oder von privat habe mit ganz vielen geschrieben und auch telefoniert und es kamen wirklich die krassesten sachen raus wo ich mir gedacht habe okay ohne jetzt böse zu klingen aber haben die menschen überhaupt irgendeine menschenkenntnis ich glaube die leben nur in ihrer hundewelt und haben sonst kein kontakt zur außenwelt oder überhaupt nur menschenkenntnis dafür dass die da so viel wert drauf legen zum einen war es tatsächlich so ich sag einfach mal so die verrücktesten und lustigsten sachen und gold retriever ist ja klar ist ein jagdhund aber auch einer der begehrtesten familienhunde überhaupt ja und da hat tatsächlich eine gesagt ja ich vermittle meine meine hunde nicht an familien also es wird kein es wird ein familienhund nicht an eine familie vermittelt okay dann war die andere jetzt gesagt nee also wenn sie kinder haben und die kinder sind dann nicht über sechs dann dann gebe ich den hund nicht ab das geht nicht okay scheint ja gut zu funktionieren alles ich freue mich an wen die dann den hund abgeben weil an single oder an pärchen was den ganzen tag arbeiten ist und der hund ist dann alleine zu hause stehe ich nicht aber gut habe ich gesagt okay kein thema das schlimmste fand ich tatsächlich also ich kann es verstehen wenn man jetzt zum beispiel sagt ich möchte den hund nicht an jemand abgeben der vielleicht gerade schwanger ist oder gerade ein baby bekommen hat weil es ist wirklich so ein welp macht viel arbeit ist wie mit einem baby man muss nachts aufstehen es ist wirklich sehr viel arbeit die pinkeln ins haus man muss das antrainieren verstehe ich total ja dass man da jetzt sagt mit einem neugeboren ist es eventuell viel stress aber mal ganz ehrlich ich habe allen erzählt dass wir schon einen golden retriever hatten der war 14 jahre bei uns das heißt also erstens haben wir 14 jahre erfahrung mit einem hund und wir sind nicht solche menschen die den hund dann abgeben einfach irgendwie ne das ist ja nur zwei drei jahre bei uns war der cantin war sein ganzes leben bei uns und er ist ein golden retriever gewesen golden retriever mischling labrador goldie aber trotzdem haben wir erfahrung mit dieser rasse und da finde ich sollte man so ein bisschen menschenverstanden haben zu sagen okay vielleicht entsprechen die nicht den und den kategorien dass die kinder vielleicht nicht keine ahnung über 18 sind oder weiß der geier was die fahrerung hatten aber die personen hatten schon erfahrung mit diesem hund also kann man sich vielleicht dann mehr austauschen und vielleicht die leute mal kennenlernen gar nicht sie haben kleine kinder und sie arbeiten von zu hause aus das ist alles die kriterien sie haben das überhaupt nicht zur kenntnis genommen dann war eine die uns ja zugesagt hatte für einen und wir haben gesagt okay den würden wir nehmen wir würden gern vorbeikommen wir würden sie kennenlernen und den hund dann wenn das passt würden wir ihn nehmen und dann hat sie uns zugesagt und auf einmal sagte sie uns ab weil ihr das alles zu schnell geht es würde ihr zu schnell gehen dass sie jetzt innerhalb von 24 stunden vorbeikommen könnten das wäre für sie nicht möglich und normalerweise wird es so nicht machen denn sie würde am liebsten die eltern schon näher kennenlernen damit sie hatten besten bezugen besseren bezug zu denen hat und dann die leute auch kennt an die die den hund vermitteln auf der einen seite verstehe ich ist auf der anderen seite hat sie der dame die sehr eigentlich zugesagt hatte fort also während ihre hündin schwanger war ja zugesagt jetzt die komplette schwangerschaft begleitet die acht wochen begleitet und am letzten gespräch meinte die züchterin der dame wohl abzusagen weil sie ihr irgendeine irgendwas gesagt hatte was der dame nicht in den kram gepasst hätte der züchterin und da denke ich mir okay im endeffekt kann es ja dann auch nicht danach gehen dann weil die kannte die frau ja schon jetzt seit drei monaten oder zwei monate wie lange ich weiß nicht drei monate ist so der zeitraum von der schwangerschaft bis der hund halt abgegeben wird und sagte dann am endeffekt doch ab weil ihr die nase dann doch nicht gepasst hat also die war wirklich die verrückteste finde ich was züchter angeht dann zu sagen das geht mir zu schnell ich kenne sie ja nicht sie wollte den hund wahrscheinlich einfach gar nicht abgeben dann war noch eine dabei die dann sagte was hat die noch mal gesagt genau dann war eine dabei die hatte auch welten da wie war das denn noch mal ich habe so viele gespräche geführt sie sagte dann zu mir sie hätte noch welche da das waren zwei rüden die noch da wären hat mir dann fotos geschickt von den hunden und ich gehe auch für süß und hat mir so ein bisschen was über die geschichte von dem kleinen hund erzählt und dem größeren hund da war auch einer der war halt recht klein und zierlich und ruhiger und der andere war halt ein bisschen kräftiger und habe ich gesagt okay wenn dann hätten wir eher interesse an den kräftigeren hund weil der kleine da ist mir zu sehr quentin der ist als letzte geboren hat nicht richtig gefressen ist halt total hell gewesen und das habe ich gar nicht das erinnert mich einfach zu sein die geschichte von unserem hund und sagte dann okay mein mann und ich würden gerne vorbeikommen vielleicht auch eventuell mit den kindern dass wir sie einfach mal kennenlernen das wären drei stunden autofahrt gewesen dass wir sie halt einfach mal kennenlernen und hat sie auf einmal gesagt ja nee das geht nicht weil ihr mann das müssen wir mal gucken wie das geht die welten sind erst gerade drei wochen alt das würde erst nach der vierten woche funktionieren und das müssen wir sowieso mal gucken wie das funktioniert weil mein mann ist risikopatient das heißt also eigentlich bräuchten wir jetzt schon die anzahlung damit wir könnten den hund nicht reservieren ohne ohne anzahlung okay ist aber ich würde sie natürlich schon gerne persönlich kennenlernen und auch den hund wenigstens einmal gesehen haben bevor ich in der 1000 euro anzahlung gebe da hat sie gesagt ja ihr hund ihr mann wäre risikopatient erhält wer diabetiker und hätte irgendwas an der lunge keine ahnung und das wäre mit dem besuch sowieso nicht in ordnung und wenn dann dürfte nur eine person kommen okay also mal ganz ehrlich sie weiß ja nicht erst seit jetzt dass ihr mann risikopatient ist dann frage ich mich warum sie überhaupt zugelassen hat dass der ihre hündin schwanger wird weil also ich habe dann gesagt dominik auch tut mir leid aber wir werden nicht blind einfach so eine anzahlung von 1000 euro geben ohne zu wissen wer sie sind wie es der hündin geht wie es wie die welten überhaupt aussehen wo die aufwachsen und so weiter und sofort und die hat tatsächlich darauf bestanden dass wir blind eine anzahlung machen ohne die frau zu kennen ohne die hündin zu kennen ohne den web jemals gesehen zu haben weil er mein risikopatient ist und wir dann nicht vorbeikommen könnten vorher da habe ich gesagt tut mir leid aber das werden wir definitiv nicht machen wir kennen uns jetzt nur per telefon und ich werde jetzt nicht anzahlen ohne vorher den hund gesehen zu haben ja und das geht dann auch nicht tatsache ist aber dass wirklich alle hunde bei ihr weggegangen sind ich frage mich wer einfach blind 1000 euro an jemanden überweist ohne vorher diese person zu kennen also finde ich echt makaber richtig krass und das fand ich auch also die war krass 1000 euro zu zahlen ohne überhaupt die gesehen zu haben und überhaupt die chance zu bekommen auch wenn wir diese 1000 euro angezahlt hätten wüssten wir gar nicht ob wir die überhaupt besuchen können ich meine mann der kann auch mal das haus verlassen dann wenn die leute kommen oder oder die könnte ja mal rauskommen aus dem haus mit dem hund in dem arm und der mutter hündin oder irgendwas gar nicht lösungsorientiert war diese frau und da haben wir gesagt nee das geht leider gar nicht da haben wir auch von abstand gehalten dann hatte ich auch eine dame die deren hund war gerade da wusste sie nicht ob der hund schwanger wäre sie würde sich dann noch mal melden hat sich dann auch gar nicht mehr bei uns gemeldet ist auch nicht mehr ins telefon gegangen das war hier bei uns um die ecke habe dann jetzt im internet gesehen dass die hündin tatsächlich schwanger ist und tatsächlich ist es bei ihr auch so gewesen dass sie nicht an familien verkauft die kinder unter sechs jahren haben also ganz viele züchter haben probleme mit hunden also die hunde abzugeben an familien was ich nicht verstehen kann auf der einen seite überhaupt nicht ich finde also was ich gemerkt habe ist dass züchter tatsächlich wenig menschenkenntnis haben irgendwie habe ich das gefühl wenig feingefühl und wenig wie nennt sich das wenig wenig differenzieren können oder so ist ja was ich meine man muss schon wenn man wirklich sagt ich vermittele nicht an familien mit kindern muss man aber trotzdem finde ich in der lage zu sein ausnahmen zu machen was die familie betrifft es gibt kinder die zum beispiel den halben tag im kindergarten sind und in der schule und betreut sind das ist wieder was ganz anderes als wenn man ein einjähriges kind hat oder ein zweijähriges kind hat was die ganze zeit zu hause ist so wohnsituation hat die familie erfahrung mit hunden arbeitet die familie von zu hause aus auch außerhalb von corona das sind alles so sachen finde ich da muss man schon ein bisschen feingefühl haben und das dementsprechend auch differenzieren und wenigstens die leute mal kennenlernen aber ich bin keine züchterin keine ahnung im endeffekt ist es so dass wir eine familie gefunden haben eine private familie zudem muss ich sagen keine züchterin die eingetragen ist in diesem vdh und hundeverein und hast du gar keine ahnung was mit mit golden retriever da gibt es ja zig vereine und aber beide hundeeltern haben papiere und es ist der zweite wurf innerhalb von drei jahren dass die hündin die hündin halt bekommen hat und auch sie hatte auch gesagt sie hat kein problem damit die in die hunde an familien zu vermitteln weil das natürlich wer vermittelte in keinen grunden retriever an familien hat die gesagt die war total entsetzt und sie hat gesagt sie würde den hund auch nicht vermitteln wenn wir uns vorher nicht kennengelernt haben das heißt sie hatte auch eine interessenten da der kam aus keine ahnung buxtehude und das ist super weit weg und auch die haben gesagt wir würden gerne den betrag direkt vorab überweisen und würden den hund blind nehmen und hat sie gesagt wegen corona übrigens und hatte sie gesagt nee das machen wir grundsätzlich nicht weil wir wissen wollen in welche familien unsere hunde kommen wir möchten die leute kennenlernen wir möchten halten guten draht zu den menschen haben wir sind keine professionellen züchter aber wir wollen trotzdem wissen dass unsere unsere hunden das leben der hunde halt dass den gut geht dass den gut geht dass man ein gutes gefühl hat und ja das fand ich total genial und da sind wir auch zweieinhalb stunden hingefahren haben die kennengelernt haben die mutter hündin kennengelernt und die hat auch selber fünf kinder davon eins ist dann ausgezogen schon ältere tochter aber es sind auch vier kinder im haushalt ja eine katze die haben noch einen anderen kleinen hund also die hunde werden da richtig schön sonst so zieht soli so zu lieben ist fällt mir das wort nicht ein was los ich bin es euch und nein ich habe heute schon einige videos gedreht auf jeden fall hatten wir da ein super gutes gefühl sie war sehr freundlich totale familienmenschen waren das die hündin die war so süß so lieb zu den kindern und kam auch rein wir durften die streicheln jetzt nicht hingelegt die war total gechillt die mutter hündin und die zwei die da hat noch übrig waren es war auch so dass wieder einer ist es meistens so dass wirklich ein hund einfach ja nicht so viel halt futter abkriegt und nährstoffe im mutterleib das ist halt so ein bisschen hat kleiner ist als alle anderen und er war zwar dunkler und der größere war heller aber die geschichte hat den dominik einfach zu sehr an den quentin erinnert und der größere hund der größere und er weiß nicht riesig ja erwarten müssen proppiger und der kopf hat etwas größer und er war auch ein bisschen aufgeweckter der andere hat die ganze zeit nur geschlafen auf jeden fall hat der hat die joana den sofort auf den arm genommen der sofort joannas hand abgeleckt und ich habe mich dann die ganze zeit mit der frau unterhalten und mit dem mann und habt ihr auch ein paar sachen erzählt und sie sagte halt auch das geht gar nicht dass man ja erstens nicht an familien vermittelt zweitens blind einfachen hund verkauft ohne die person jemals gesehen zu haben also das geht ja mal gar nicht und was für anforderungen die teilweise hatten da das war echt unter aller sau und vor allen dingen war auch eine dabei die wo ich das gefühl hatte dass die die erziehung des hundes bestimmen wollte sie wollte uns und verkaufen und trotzdem wollte sie wirklich bestimmte verhaltensweise von dem hund kontrollieren und erziehungsweisen wir durften hätten keine leine benutzen sollen wir hätten keine wahrscheinlich wäre es auch noch im vertrag drin gewesen keine leine zu benutzen keine hunde box im auto zu benutzen bestimmtes hundefutter dem hund zu geben den hund nicht kastrieren zu lassen den also als sache wo ich gedacht so okay ich kaufe den hund ich bin die besitzerin des hundes ich nehme gerne tipps von jemanden entgegen der erfahrung hat aber mich hat mir hat keiner vorzuschreiben wie ich mein hund zu erziehen habe also das geht gar nicht und ja also das sind echt richtig krasse sachen ich bin froh dass wir jetzt fündig geworden sind und da ich mich nicht noch mehr damit damit noch beschäftigen muss weil ich fand teilweise waren die sachen echt extrem krass und sehr gegen familien gerichtet fand ich waren die teilweise und das waren so die sache die wir echt mitgekriegt haben jetzt in diesen zwei monaten beziehungsweise anderthalb monaten das video ist jetzt 17 minuten lang voll krass ja das waren so unsere best of züchter nicht an familien bestimmen wie der hund zu erziehen hat blind kaufen und zusagen und dann doch wieder absagen das waren so die best of sachen die wir halt jetzt erlebt haben und wollte es einfach mal mit euch teilen einige von euch haben mir auf instagram auch schon sehr krasse sachen erzählt dass teilweise eine sogar fand ich am krassesten die wollte die züchterin wollte im vertrag festgehalten bekommen erstens musste sie ein jahr zu einer bestimmten hundeschule gehen was ich auch total unverschämt finde weil wenn man die person nicht riechen kann den lehrer da dann ist das sowieso katastrophe vor programmiert finde ich also man sollte sich die hundeschule schon selber aussuchen dürfen wo man hingeht mit dem hund und wie lange man halt auch dorthin geht und da war eine die hat gesagt die wollte dass man immer fotos vom hundehaufen macht und der das jeden tag schickt damit die kontrollieren kann am hundehaufen ob man den hund richtig ernährt das war echt krass also richtig krass genau das waren so die geschichten die ich bis jetzt hatte was zum thema züchter angeht wahrscheinlich wird nach dem video die eine oder andere sich noch bei mir melden und mir noch bestimmt lustige sachen erzählen ja soviel dazu zu diesem thema hunde züchter lustige geschichten nicht so lustige geschichten ich hoffe euch hat das ein bisschen gefallen und ihr konntet euch da unterhaltungsmäßig ein bisschen was rausnehmen das nächste video wird auf jeden fall wieder ein blog von uns sein ich bedanke mich auf jeden fall fürs zusehen und freue mich auf jeden fall auf das nächste video